Du hast eine Idee, für die du brennst, an die du felsenfest glaubst, die du mit ganzem Herzen vorantreibst. Du kannst andere mitreißen, Stunden, Tage, Nächte lang daran arbeiten und wirst nicht müde. Es ist keine Arbeit, es ist Leidenschaft. Deine Idee ist ein Teil von dir. Es ist so toll, sie wachsen zu sehen, wie sie langsam Gestalt annimmt. Klar, nicht alles klappt sofort, aber mal ehrlich, was dich nicht umbringt, härtet ab. Und irgendwann ist es soweit. Dann ist der Tag gekommen, an dem deine Idee Flügel bekommt. Und wie bringst du deine Idee zum Fliegen? Indem du Gas gibst und mit ihr abhebst. Darum mach jetzt mit beim Cyberchampions Award 2014. Diese Auszeichnung bringt dir und deiner Idee Aufmerksamkeit, Credibility und wertvolle Kontakte. Zudem erhältst du ehrliches Feedback von einer namhaften Jury, bestehend aus Unternehmern und Investoren. Bewirb dich jetzt unter cyberchampions.de Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020